Freie Wähler für Reichertshausen. Was brauchen wir, um Gemeinderat zu hören? Ihre Stimme für die Freie Wähler und den gesunden Menschenverstand. Freie Wähler für freie Entscheidung. Wir machen keine Handelssachen. Wir stehen für das Ganze. Freie Wähler für freie Entscheidung. Freie Wähler für Reichertshausen. Wir klar geradlinig entscheiden. Freie Wähler Reichertshausen. Groß denken, übersicht nach dem Wachsen. Wir sind nicht abgehoben. Realistisch bleiben und die Kirche im Dorf lassen. Wir möchten weiterhin Sachpolitik zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger von Reichertshausen machen, wie es in der vergangenen Zeit schon die Freie Wählervereinigung getan hat. Reichertshausen finde ich gut. Leid geht wähler am besten uns und vor allen Dingen mich. Freie Wähler Reichertshausen. Oh, du verstehst. Einen freien Blick. Einen freien Blick. Den haben wir. Ja, stimmt. Das Ganze.